Ich bin gerade an einem Workshop zu organisieren. Dafür muss ich jetzt noch ein Catering bestellen und ein Sitzungstimmer reservieren. Ich kann halb einen Monat die Abteilung wechseln. So halte ich einen guten Einblick in die ganze Firma. Als KV-Lernende oder Lernende sollte man vor allem Organisationstalente mitbringen. Ganz wichtig ist auch, dass man gerne Kontakt mit anderen Menschen hat und verantwortungsbewusst ist. Wir freuen uns auf dich. Bis bald! KV-Lernende 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 KV-Lernende